Das Darts, das wir an diesem Abend zu sehen bekommen haben. An Tag 3 der Premier League Darts. Van Gerwen, Maximum. Und damit blinkt die 9. 4, 5, 6 Perfekte von Michael Van Gerwen. Und damit die Chance auf den 9-Darter. Ja! Oh! Der 8. war es, der 8. war es von Michael Van Gerwen. Und es bleibt dabei, in 14 Jahren Premier League Darts wurden bislang 8, 9-Darter gespielt. Und Anderson! Und Anderson!